Ohne Selbstschalten könnte ich gar nicht fahren. Was ich vorgeißen. Unterschiede kommt da. Diese M30 sind auch mindoktisch schnell. Ja, grundsätzlich ja. Aber nicht alle. Naja, man muss damit umgehen können. Das Ding hat sich richtig zerbrüllt. Raff abgeknickt. Und vor solchen habe ich auch immer Angst. Weil die scheißen da drauf, ob die die Karre kaputt fahren oder nicht. Der schmeißt sein Auto einfach auf den Räuch. Das mache ich jetzt mal. Und dein Auto ist kaputt. Ja, nein. Absichtlich war das ja auch geil. Nein. Nein. Gott. Ja. 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 Da war jetzt ein bisschen, was ich so, der Börner. hier bin ich mal mit einem Kollegen abgeflogen geradeaus gefahren hat ich nicht, ich saß hinten drin aber er ist geradeaus gefahren das hat so ungeschnall gegeben ja klar, der Körb ist das hier hoch und wenn du da voll drüber fährst ich glaube das war seine zweite, vielleicht sogar erste Runde, die wir hier gefahren konnten und der erste, die ich gar wusste, dass es da nach der Kontrolle links geht das waren wir geradeaus gefahren meine Firma ist nie besser getroffen als eben die ganze Stecker ist das mache ich noch nicht auch das ist einfach nur die Ursache das ist jetzt total hakelig ich bin noch nicht so entspannt muss ich ganz ehrlich sagen auch das ist alles nur die Ursache das ist alles was ich meine ich komme hier kaum an dem GTI vorbei wenn ich ja nominell eigentlich 70 PS weniger haben sollte als ich das weiß man nicht so genau was das für welche sind aber diese Renderace-K-Fahrzeuge die sind normalerweise nicht getunet aber du hältst da nichts von? ne, überhaupt nicht ist das Auto schon nicht schnell genug? das Auto ist verdammt schnell das hätte ich nicht gedacht aber meine hat ja auf dem Papier normalerweise auch keine Dramarcase original wobei das wahrscheinlich für mich reicht weil ja ganz stinknormal um drauf zu fahren bisschen zu schnell reingefahren aber du machst das jetzt nur hobbymäßig dann machst du das jetzt nicht jeden Tag ne also okay wir gehen beim Rennserien mal zurück mit Rennrope-Fahrer aber du machst das jetzt nur hobbymäßig dann machst das jetzt nicht jeden Tag ne also okay wir gehen beim Rennserien mal zurück mit Rennrope-Fahrer das jetzt nicht Das ist ein Sportauto Perfektionstraining funktioniert so, dass du morgens in geführenden fährst, an beiden Tagen jeweils. Und nachmittags wird freigefahren, da sieht der Dinger Höhe auf, aber du kannst fahren so viel wie du lustig bist. Das ist dann aber auch für euch gesperrt. Also da kommen wir nicht dabei. Ist das dann mit Übernachtung oder? Ja, du kannst doch nach Hause fahren, aber praktischer ist natürlich zu übernachten. Es gibt auch noch einmal an beiden Abenden so ein Abendprogramm mit Essen und Mahl und so weiter. Das ist jetzt die beschissenste Stelle, die man sich hier vorstellen kann zu überholen. Jetzt fährt er einfach mal durch. Pause.